hallo wie versprochen mache ich hier noch ein video wird zur buckruine opa autorf so sieht die aus es halt nicht mehr so viel erhalten das ist der innenhof wahrscheinlich mal gewesen dann hier sind halt noch bisher die überreste geblieben übergeblieben von der buckruine das zieht sich bis nach vorne die überreste dann haben wir hier noch den ehemaligen turm der wahrscheinlich nicht mehr da ist davon ist ja noch mal so da schauen wir gleich weiter gehen wir gleich vor da hat man eine sehr schöne aussicht da vorne ist wo der die berge sieht ist es schon österreich so damals die letztliche reste der buckruine wie gesagt da man kreuz der so großes kipfelkreuz damals die schöne aussicht hier da auch da man auch noch ein kleines rest da sage ich doch euch zum königenden abschluss den rest alles noch mal da mal hier nicht geile aussicht dass da vorne kann hinten könnte sogar ist erreich sein und da ist noch mal die ganze burg komplett zu sehen genau also lasst einen kommentar da und auf wiedersehen und also ihr könnt einen kommentar da lassen ob euch das gefallen dann